Das allererste Mal ist eine Vollversammlung des ökumenischen Rats der Kirchen in Deutschland. Und wir erleben große Veränderungen in Deutschland hin zu mehr Begegnungen von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionen, auch unterschiedlicher christlicher Traditionen. Und das ist eine ganz besondere Gelegenheit, Menschen zu treffen, die aus einem anderen Teil der Welt kommen, die einer anderen Konfession angehören und im Miteinander Neues zu entdecken, sich selbst neu zu entdecken. Und ich hoffe wirklich, dass die Kirchen davon Gebrauch machen und dass die einzelnen Menschen auch in der Gegend von Karlsruhe Gebrauch machen. Es gibt Plätze, wo das Lokale und das Globale sich begegnen können während der Vollversammlung. Und das wird eine ganz besondere Gelegenheit sein, Weltchristenheit vor Ort zu erleben. Ich freue mich sehr darauf. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!